Es einen Riesenspaß macht. Weil es sich lohnt. Weil VDI mir die Möglichkeit gibt, mich persönlich weiterzuentwickeln. Ein sehr großes Netzwerk mit vielen interessanten Persönlichkeiten. Wie eine große Familie. Ein aktives Netzwerk von Ingenieuren. Freunde, Bekannte und ganz, ganz viel Netzwerken und Spaß haben. Wie viele neue Leute kennengelernt, viel Spaß und man freut sich immer auf den nächsten Kongress. Meine eigenen Fähigkeiten ausgebaut und auch so ein bisschen gelernt, über meinen Schatten zu springen. Viel gelernt, viele neue Leute kennengelernt und auch neue Facetten von mir selbst entdeckt. Dass so viele junge Leute damit machen, dass man sich auf einer Veranstaltung trifft und irgendwie dieselbe Basis hat. Die Gemeinschaft. Dass hier jeder so sein kann, wie er ist und trotzdem professionell Erfahrung sammeln kann. Bin ich glücklich? Freue ich mich schon auf den nächsten Kongress. Zaubert es mir ein Lächeln aufs Gesicht. Ich auch. Ich bin ja auch. Ich bin natürlich zum continua. Ihr könnt ihr bestimmt auch das pfizerige Musik machen. G Pues nicht würde ich über Claudine Gen vontade. Wie hast du gerne hier in